Hi zusammen, ein Messestand war auf der IFA in Berlin nicht zu überhören und zwar ist die Rede von Philips. Da gab es nonstop so ein Entertainmentprogramm und es gab kalte Getränke. Im Fokus war aber der neue kabellose 2 in 1 Akkusauger, der Philips 8000 Speed Pro Max Aqua genannt. Und Aqua lässt es erahnen, mit dem Philips kann man nicht nur in drei Stufen saugen, sondern, und jetzt kommt die große Besonderheit, gleichzeitig wischen. Das ist also ein starkes Konzept, da man so beide Tätigkeiten in einem Durchgang erledigen kann und wenn es so funktioniert, wie es beworben wird, ist das eine erhebliche Zeitersparnis. Also, das heißt, wir haben den Akkusauger, können aber hintendran einen Wassertank mit einem Wischtuch dranklippen, so dass dann gesaugt und gewischt wird. Ziemlich genial, wie ich finde. Der Wischbälter lässt sich aber auch ganz einfach per Fußklick entfernen, das ist praktisch bei Teppichen. Was diesen Sauger dann auch besonders macht, ist die 360-Grad-Bürste. Die ist sehr flexibel, aber mit 360 Grad ist was ganz anderes gemeint, und zwar, dass das Modell aus jeder Richtung saugen kann. Und ich demonstriere das mal an einem Beispiel von dem neuen Dyson V11, von dem hatte ich zwar auch einen guten Eindruck, aber der konnte das zum Beispiel nicht. Vorwärts war alles kein Problem, rückwärts hat er aber die Haferflocken einfach nur weggeschoben. Dritter Argument für die 8000er Serie ist die Akkukapazität. Gemessen an den Top-10-Bestsellern in Deutschland hat das Philips-Modell hier die längste Akkudauer auf der höchsten Stufe aller verfügbaren kabellosen Staubsauger. Das bedeutet, 125 Quadratmeter im Turbo-Modus schafft man mit einer Akkuleinung. Leider kommt er noch nicht mit einem wechselbaren Akku im Lieferumfang, wie es zum Beispiel Samsung mit dem neuen Powerstick Jet VS9000 oder auch Miele mit dem Triflex Hikes 1 mittlerweile gemacht haben. Abschließend ist euch eventuell auch aufgefallen, dass der Staubbehälter recht ungewöhnlich oberhalb verbaut wurde. Das sieht seltsam aus, hat aber einen ganz praktischen Nutzen. Dadurch wird der Akkustaubsauger ultraflach in der Anwendung, ihr kommt also weit unter flache Möbel. Mein Eindruck von dem Modell ist echt gut und das hat viel damit zu tun, dass Philips hier schlau überlegt hat, inwiefern der Kunde mit dem Produkt den größten praktischen Nutzen hat. Also es macht einen guten Eindruck, das Modell. Ich hoffe, ich werde es noch in der Praxis testen können. Ich habe aber gerade eben erst einen anderen, etwas günstigeren Philips Akkusauger bestellt, und zwar den Philips Beep Pro 2 in 1. Also falls ihr neu dabei seid, abonniert gerne den Kanal. Das Video wird nämlich in den nächsten ein bis zwei Wochen online gehen. Herzlichen Dank fürs Reinschauen und ich wünsche euch eine gute Woche und bis dahin. Tschüss!